Ah, er hat auch noch mit Bomben. Ja wo ist er denn jetzt überhaupt? Der fliegt jetzt da oben. Super. Jetzt geht er hier in den Berserker-Mod. Ne, du musst jetzt versuchen. Ach, Amber ist ja tot. Das ist schwer. Schlecht. Da kann ich ja nicht mehr drauf schießen. Er hält sich jetzt auf Abstand und schießt, schießt, schießt. Würde ich auch machen, wenn ich so geile Bomben hätte. Ah, die ging ja glaube ich sogar durch die Mauer. Guck mal, jetzt bin ich hier. Jetzt kann er mich eigentlich nicht treffen. Oder auch doch. Ist halt nicht ganz so... Weißt schon, immer pro Monster. Von dem geht mir langsam so, dass Lust aufs Spiel... Lust aufs Spiel. Und den komm ich überhaupt nicht dran. Was soll ich denn da machen? Ja, da brauche ich auch nicht mehr viel. Aber das ist mein letzter Spiel, ne. Ja, da brauche ich auch nicht mehr viel. Aber das ist mein letzter Spiel, ne. Ich glaube, er gewinnt. Ich glaube, er gewinnt. Mich setzt nicht auf mich. Mein Wunder ist geschehen. Ich glaub, er war aufgepasst. Ich muss, ich verstehe, dass er immer wieder gezogen ist. Und dann kann ich hier auch in den Augen zu kommen... Und dann fangen wir von vorne an. 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 blut passt ja auch orange naja ich muss mir halt immer alle anschauen einmal ist ja nochmal so ein stein ja irgendwo muss hier ein hinweis sein an irgendeinem stein guckst du dir alle an da oben sind auch mal steine da wo die monster sind und da oben sind steine nehmen wir die erstmal nicht so viele monster da noch mal monster und eine truhe ich will nur die truhe leute ich will nur die truhe wenn ich gleich wieder weg so mehr wollte ich nicht bin schon wieder weg so eine statue ein geodings der bomster immer gern mitgenommen sind immer nur drei da sind steine steine ja ja das ist meine mannschaft ist ja auch schon tot noch mal steine leuchtend schön kein hinweis noch mal ein stein ach und der hat jetzt hier so der scheint aktiviert zu sein ja und bei den steinen war ich ja glaube ich zuerst und bei den steinen war ich und bei den steinen und wenn ja was ist da eigentlich glaub da war nur ja ja und noch eine truhe nehme ich auch mit die steine war ich da auch schon sehr schön wie die leuchten und der ist irgendwie auch an vielleicht finde ich noch einen wo nicht an ist das ist das ist das ist das ist Ich bin bei den Steinen schon. Ich glaube bei den Steinen war ich noch nicht. Ach, da ist ja auch unser Geomonster. Den werde ich mich jetzt mal anlegen müssen. Das ist der Idiot. So, gucken wir uns jetzt mal in aller Hunger die Steine an. Und wir sehen eine Statue, die auch leuchtet. Nur so Spikes auf dem Kopf. Und auch kein Hinweis. Und da waren so Statuen, die habe ich aber schon angezündet, scheint mir. Ah, brennt doch schon. Brennt, brennt. Jetzt komme ich jetzt wieder nicht um die Ecke. Ach, meine Güte. Ein fallender Idiot. Und jetzt kommt die Ecke, wie wir sie hier sind. Okay. Und dann kommt die Ecke. Okay. Dann kommt die Ecke. Da sind sie wieder. ja 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 Das Ding ist einschlagen. Ja, aber kein Fragment. Hier ewig einschlagen mit dem Typen. Das Ding ist ein Fragment. immer morgen noch zu können ja ein Hinweis habe ich allerdings immer noch nicht gefunden ich stelle ich mich einfach zu blöd an ich soll Steine suchen und bei den Steinen finde ich einen Hinweis oder auch nicht was ist das hier ich gucke das auch noch ab Holzen? Nee No, I'm freezed! I'm freezed! Freeze Please wait Aber irgendwie heilt die das nicht Irgendwie hatte ich mal ein Schwert wenn die Gegner besiegt hast, das hat dich dann auch geheilt Ich komme immer auf diese Taste Ah, na, kommt doch schon an Und da geht er Ja, hier ist nämlich auch nochmal was Ok Ok und naja schön toll was heißt das ja ich habe sie alle vier aktiviert oder rätsel über rätsel hier war ich glaube ich schon mal und habe auch diese lampen da geschossen graben ok hilft mir aber nicht beim bei diesem rätsel weiter pro was ist mit den coins da war auch nicht normal vielleicht muss ich noch mehr anzünden habe sie aber noch nicht gefunden es zieht eine wolke durch was mache ich eigentlich mit den geosiegeln weiß ich nicht sammeln für irgendwas ist dir irgendwann mal gut meine güte bei den steinen sollst du suchen so hieß es bei auffälligen stein das protokoll zur untersuchung der ruinen vielleicht sieht mir das so eine chang der neunte der auf dem berg wohnt die leicht goldenen steine und die ruinenjäger holt ich bin ich so weiter Nichts und versucht lassen Ja, hier muss man die Dinger anzünden Ich meine, das anzuzünden Ist möglich, macht aber keinen Sinn Das müssen diese magischen sein Vielleicht finde ich ja noch irgendwo was Und das ist das Rätsel Irgendwo in einer ganz fiesen Ecke versteckt Könnte ich mir schon vorstellen Wäre nicht das erste Mal Ich staue mal draufklettern Ist auch nicht hoch Hier könnte ich draufklettern, oder? Das habe ich auch schon angezündet Wenn ich das war Dann muss man es ja auch genau ausmachen Das glaube ich jetzt nicht Man muss es bisher immer anmachen Und ich glaube, hier war ich schon mal Und habe es so angemacht Dann habe ich mich gefragt, wo mich nicht weitergekommen bin Weil irgendwo noch ein super verstecktes Teil fehlte Wer ist mit dir Aber ich nehme an, es ist innerhalb der Ruin Das ist nichts Das ist nichts Irgendwo muss ich noch mehr anzünden Wenn ich mal gerade nichts mache Kann das daran liegen, dass ich am Suchen bin Mit den Augen oder belege, was ich als nächstes machen soll Und dann ist mir nicht langweilig Und das letzte, was ich brauche Ist irgendwie so blöde Sprüche von der Tussita Einfach mal die Fresse halten Wenn man am nächsten Sagen hat Da war ich doch schon Hatte ich die nicht schon irgendwie eliminiert? Somit habe ich ihn sauber gemacht Einen habe ich Nein, die kleben mir schon wieder da Schrecklich mit den Viechern Woher sind sie denn? Von da kann ich nur nicht schießen Ah, dich könnte ich jetzt vielleicht Nein, nein, was? Ja, ich kann kein Risiko eingehen Ich bin ja schon fast tot Tarakaia ist tot Und Kayenne kenne ich noch irgendwie Kayenne Da heißt Ah, lass ruhig Kayenne heißen Äh Hier ist aber nichts Ah, ich bin wieder zurück auf die Mauer Das Ding haben wir uns auch schon angeschaut Da oben ist noch Da oben ist noch eine Lampe, oder? Da, ganz oben auf dem Berg Da gehe ich jetzt hin Keine Ahnung, was das Ding so abseits macht Aber Da ist noch eine Wenn da noch eine ist Wird die angemacht Dann einfach Vielleicht liest die auch schon an Vielleicht ist es auch was ganz anderes Aber Man muss ja wenigstens mal nachgucken Ja, hier Soll das ganz gestöhne in dem Spiel Was war das eigentlich gerade für ein komisches Geräusch? Was sollen die roten Pfeile Das ist ein Teleporter Okay Ach Leute Ne, oben hat das auch noch mal Ruinen Ich habe nichts mehr zum Anzünden Deswegen ist es nicht so nervig da Wenn er mit seiner Münze rumspielt Dann wiederholt Vielen Dank. Das ist eine Glaslinie, oder? Glasklöppchen. Leute, Leute, ich halte einfach nicht. Hier holen wir jetzt auch mal das Kistchen da zur Abwechslung. Vielen Dank. Und schon reingefallen. Sonst hätte ich gleich auch noch elektrisch hockt. Besonders schön im Wasser. Danke, ohne dich hätte ich sie nicht gefunden. Aber nicht so schnell. Ich könnte mich natürlich auch noch töten. Das ist wieder so ein Teil. Die gibt es hier überall. Wo wollen wir jetzt eigentlich noch mal Ruin? Die Richtung. Das will ich jetzt hier nicht. Das ist immer so doof. Wenn dann die Ausdauer leer ist, ich bin sofort ertrunken. Autsch. Ja, noch die zwei holen. Aber die muss ich jetzt nicht unbedingt bei er saufen, oder? So, also. Die sind alle sehr angekratzt. Sehr angekratzt? Die sind kurz vorm Verrecken. Kompletto. Alle. Ist hier noch irgendwie was? Batsch nass. Das ist auch noch mal wieder so eine Statue. Die, die was zu sagen haben. Ich glaube, da oben war ich noch nicht drauf, oder? Mal draufklettern. Vielleicht ist ja hier noch eine, gemeinerweise. Nein. Und da oben haben wir noch Steine gesehen. Aber ich glaube, ich glaube, da war ich auch schon. Also dieses Bruchstück hier, Rätsel, was ich hier habe, das hat es echt in sich. Ich bin nicht was anderes. So. Ja. Vielen Dank.